Musik Moin Moin, herzlich willkommen zur viralen Video-Vanissage vom Popstreet Shop mit einem Bild von Nils Peters. Nils Peters Arbeiten erkennt man auf den ersten Blick. Wir haben immer eine Collage dabei, es ist gestempelt, es ist gemalt, es ist beschrieben und es ist eine neue Serie, es ist auch gesprüht. Dieses Motiv hier stammt aus den 20er Jahren, es könnte aber gar nur sein, der Stummfilm starr und ist einfach wunderschön gearbeitet. Und es hat ganz komische Maße, da muss ich nachgucken, 95 x 125 Meter für 2600 Euro, bestimmt nicht so teuer. Ja, Nils, wir danken dir, dass wir das Bild ausstellen dürfen. Bis nächstes Mal. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020